Kapitel 39 Und es geschah, daß Jerusalem eingenommen wurde. Im neunten Jahr Zedekias, des Königs von Judah, im zehnten Monat, war Nebukadnezar, der König von Babel, mit seinem ganzen Heer nach Jerusalem gekommen und hatte die Belagerung begonnen, und im elften Jahr Zedekias, am neunten Tag des vierten Monats, brach man in die Stadt ein. Da zogen alle Fürsten des Königs von Babel ein und besetzten das mittlere Tor, nämlich Nergal Saetzer, der Fürst, Nebo Sarsekim, der Oberkämmerer, Nergal Saetzer, der Obermagier, samt allen übrigen Fürsten des Königs von Babel. Und es geschah, als Zedekia, der König von Judah, und alle Kriegsleute sie sahen, da flohen sie und verließen die Stadt bei Nacht auf dem Weg zum Königsgarten, durch das Tor zwischen den beiden Mauern, und sie wandten sich der Jordanebene zu. Aber das Heer der Chaldea jagte ihnen nach und holte Zedekia in der Ebene von Jericho ein. Und sie ergriffen ihn und führten ihn zu Nebukadnezar, dem König von Babel, nach Ribla im Land Hamad. Der sprach das Urteil über ihn. Und der König von Babel ließ die Söhne Zedekias in Ribla vor seinen Augen niedermetzeln, und der König von Babel ließ auch alle Vornehmen von Judah niedermetzeln. Zedekia aber ließ er die Augen ausstechen und ihn mit zwei ehrenen Ketten binden, um ihn nach Babel zu bringen. Und die Chaldea verbrannten den königlichen Palast und die Häuser des Volkes mit Feuer und rissen die Mauern Jerusalems nieder. Den Überrest des Volkes aber, sowohl die, welche in der Stadt übrig geblieben waren, als auch die Überläufer, die zu den Chaldean übergegangen waren, und den Rest des Volkes, der übrig geblieben war, führte Nebu Saradan, der oberste der Leibwache, nach Babel. Von dem geringen Volk aber, das gar nichts besaß, ließ Nebu Saradan, der oberste der Leibwache, einige im Land Judah zurück und gab ihnen an jenem Tag Weinberge und Äcker. Und Nebukadnezar, der König von Babel, erließ zugunsten Jeremias durch Nebu Saradan, den obersten der Leibwache, einen Befehl und sprach, nimm ihn und trage Sorge für ihn und tue ihm nichts zu leide, sondern verfahre mit ihm so, wie er es dir sagen wird. Da sandten Nebu Saradan, der oberste der Leibwache, und Nebu Shasban, der Oberkämmerer, und Nergal Saetzer, der Obermagier, und alle obersten des Königs von Babel, boten aus, sie sandten hin und ließen Jeremia aus dem Gefängnishof holen, und sie übergaben ihnen Gedalja, dem Sohn Achikams, des Sohnes Schafans, damit er ihn nach Hause bringe, und er wohnte unter dem Volk. Zu Jeremia aber war das Wort des Herrn ergangen, als er noch im Gefängnishof eingeschlossen war. Geh und rede zu Ebed-Melech, dem Kuschiten, und sage, so spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels. Siehe, ich lasse meine Worte über diese Stadt kommen, zum Unheil und nicht zum Guten, und sie werden an jenem Tag vor deinen Augen in Erfüllung gehen. Dich aber will ich an jenem Tag erretten, spricht der Herr, und du sollst nicht den Leuten in die Hand gegeben werden, vor denen du dich fürchtest, sondern ich will dich gewißlich entkommen lassen, und du sollst nicht durch das Schwert fallen, sondern dein Leben als Beute davontragen, weil du auf mich vertraut hast, spricht der Herr. Ja. 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 Vielen Dank.